Du bist in der Position, ja Stellen zu besetzen und sie auch besetzen zu müssen und suchst jetzt nach den Lösungen, ja diese Mitarbeiter auch wirklich zu erreichen, dann kommt dieses Video genau an der richtigen Stelle. Ich spreche heute über den Recruiting-Film und was so ein Image-Film dann wirklich auch, ja eine Wirkung haben kann und wie man dann den potenziellen Bewerber erreicht. Und ich werde mir hier einige Dinge auch rausnehmen, einige Formatbeispiele, das heißt über einige Formate sprechen aus der ganz konkreten Praxis, ja aus der Sicht eines Filmemachers. Und damit erstmal herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Ja, hier im Kanal sprechen wir konkret über professionelle Filmproduktionen, ja über die Image-Filmproduktion. Ich zeige immer wieder spannende Behind-the-Scenes. Ja, und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt direkt den Kanal. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem Video. Ja, mir geht es heute um das Thema Recruitment, das heißt wie wir entsprechende Bewerber ansprechen können. Ein Thema, was zum Beispiel bei mir jetzt auch immer wieder aufkommt, weil ich natürlich als Videoproduzent auch immer meine, ja, Stellen besetzen muss. Das heißt zum Beispiel für meine Projekte, wenn zum Beispiel dann auf der Projektebene dann einzelne Mitarbeiter gesucht werden. Es geht heute darum, wenn du dein eigenes Unternehmen hast und beispielsweise in der Situation bist, solche Stellen zu besetzen, dann wird dieses Video richtig sein. Es wird aber auch was für Filmmaker sein, die jetzt zum Beispiel auch auf die Idee kommen, solche Recruitment-Videos anbieten zu wollen. Von daher für beide Zielgruppen total spannend. Ja, in dieser Übersicht siehst du schon, was auf dich zukommt. Wir kommen direkt zum Thema Nummer 1 und das ist das Format oder die Formate. Ja, Format ist natürlich deswegen wichtig, weil wir natürlich die entsprechenden Bewerber ansprechen wollen. Und ich nehme jetzt mal so ein paar Beispiele von Kreativfilmen. Wir haben ja auch eigene Formate. Ein Format kann zum Beispiel der Imagefilm sein, das heißt der klassische Imagefilm, der dich natürlich dann oder dein Unternehmen so repräsentiert, dass du dich halt bei deinen Bewerbern entsprechend vorstellst, wo dann wirklich einzelne Mitarbeiter zu Wort kommen. Das heißt ja wirklich der klassische Imagefilm, wo wir den Geschäftsführer, den Chef selber hören. Wenn wir hören, wie klingt seine Stimme, wie redet der, wie ist der drauf? Auch von der Tonalität, das ist ja wichtig, weil das ist ja quasi mein Chef dann aus der Sicht des Bewerbers für die nächsten Jahre. Dann natürlich auch, dass wir Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, dass auch mal ein Azubi sprechen kann, dass wir Eindrücke der Firma zeigen. Also wirklich dann sehr, sehr klassisch. Ich hätte aber heute noch so einen anderen Ansatz, den man auch wieder immer wieder auf YouTube natürlich sieht. Das sind zum Beispiel Vlogs. Das kommt auch sehr, sehr gut an. Das heißt, jemand macht dann eine Serie zum Beispiel von dem Berufsalltag und man sieht immer wieder den Arbeitsplatz. Man sieht das Ganze sehr, sehr authentisch. Da wird dann teilweise mit dem Smartphone gedreht. Man sieht, man muss es gar nicht mit dem Smartphone machen, man kann es auf einer professionellen Kamera machen, aber es sieht so aus, als wäre es mit einem Smartphone gedreht, sage ich mal. So ein bisschen Handheld, ja, und manchmal kommen auch Mitarbeiter zu Wort. Das ist so ein bisschen der Lifestyle, der dann rüberkommen soll für ein eigenes Unternehmen. Ich denke, es muss immer auch zur Branche passen. Es ist halt ein Unterschied, wenn ich das Ganze für ein Handwerksunternehmen mache oder wenn ich es für eine Agentur mache zum Beispiel, die dann ein großes Büro hat, das man zeigen kann, oder der Handwerksbetrieb hat dadurch im Endeffekt in Erscheinung tritt, dadurch, dass er eine sehr hohe Persönlichkeit hat und dass der Chef zum Beispiel selber noch rausfährt und am Kunden arbeitet. Das kann man auch wirklich zeigen. Das wäre auch so ein bisschen mein Tipp an der Stelle, zeigt das Unternehmen so authentisch wie möglich. Variante 1 ist natürlich auch sehr, sehr gut. Klassisch, der Imagefilm, den sollte sowieso jeder haben, dass man erstmal weiß, worum geht es überhaupt in der Firma, was würde mich da erwarten. Und diese Vlogs zeigen halt noch tiefere Einblicke in das Ganze. Ja, ansonsten Mitarbeiter zu Wort kommen lassen ist natürlich auch ein ganz großes Thema hier von diesem Video. Ich finde es immer wichtig, dass er Mitarbeiter zu Wort kommen lässt. Ich habe hier eine eigene Videoserie hier auf YouTube, wo ich eine Art Videopodcast gemacht habe, wo ich mir dann zum Beispiel mal einen Kollegen aus der Kameraabteilung dazugeholt habe, der dann zum Beispiel was zum Thema Drohne erzählt. Da sind demnächst auch noch mehr Videos in Planung. Und was ich damit sagen will, ist natürlich, dass man es auf Augenhöhe wirklich so kommuniziert, dass derjenige wirklich Teil des Teams ist. Ich finde diesen Teamgedanken immer toll. Man kann das natürlich auch in der klassischen Unternehmenshierarchie machen, aber der Teamgedanke ist vor allen Dingen das, was zu Kreativfilm passt, weil wir natürlich hier selber auch unsere Auszubildenden fördern. Und als IHK, ihr Ausbildungsbetrieb, ist es natürlich auch wichtig, sowas dann entsprechend zu vermitteln. Also Formate können sehr, sehr vielfältig sein. Es können Interviews sein, es können Werbefilme sein, zum Beispiel Imagefilme. Es können Vlogs sein, Mitarbeiter. Ich würde jetzt nochmal auf den Blog kommen sozusagen oder den Bereich des Werbefilms. Ich würde das zumindest gerne einmal anteasern, weil viele Kunden fragen uns nach einem szenischen Film und haben natürlich ein etwas höheres Budget und sagen, wir wollen keine Serie, sondern wir wollen den einen Film, der zum Beispiel dann, ich sage jetzt mal beispielsweise das 50-jährige Bestehen eines Unternehmens zeigt, wo man in ein Studio geht, wo man eine Schauspieler, einen Schauspieler einsetzt zum Beispiel. Hier braucht man natürlich ein entsprechendes Konzept. Das heißt, man braucht eine Konzeptarbeit, man braucht einen gewissen Vorlauf. Plan dir da genug Vorlauf ein, wenn du deine Stellen kurzfristig besetzen möchtest, dann sind wahrscheinlich, oder ist der klassische Imagefilm wahrscheinlich besser geeignet, weil er einfach weniger Positionen hat, die man vororganisieren müsste, wie bei einem richtigen Werbefilm mit Schauspielern. Ich möchte jetzt ein bisschen tiefer auf das Thema Content eingehen, weil wir reden jetzt immer von Formaten, also ein Interview kann ein Format sein, ein Werbefilm kann ein Format sein, das ist klar, aber reden wir mal über den Content. Denn man kann auch über Content tolle Bewerbungen bekommen, beziehungsweise natürlich entsprechende Bewerber in der Zielgruppe ansprechen. Was ist mit Content gemeint? Man könnte zum Beispiel ein Ratgeberformat entwickeln, das kann man ja auch als Video machen und dann vielleicht gleichzeitig parallel auch als Blog zum Beispiel für die eigene Webseite, wo man auch Eindrücke zeigt oder zum Beispiel auch den Beruf erklärt. Da gibt es ganz gute Beispiele zu, wenn man zum Beispiel den Beruf des Mediengestalterbild und Tons sucht bei YouTube, dann findet man zum Beispiel auch Videos von uns, wo ich ja ganz konkret diesen Beruf erkläre. Das heißt, es ist dann wirklich, was in den Content-Bereich reingeht. Der Aufwand ist meistens relativ gering, was die reine Produktion angeht. Werde ich auch ganz oft gefragt, was ist denn so der Aufwand für so eine Produktion? So ein Setting wie in meinem Fall, wo jetzt jemand Einzelnen spricht, da kann man sich ja diese Person auch aussuchen, wer das Ganze dann erzählen soll. Ist natürlich ein sehr geringer Aufwand, im Gegensatz zu einem richtigen Werbefilm, wo natürlich die ganze Mannschaft, ein ganzes Team anrückt und das dann umsetzen mit dem Regisseur zusammen. Das ist natürlich hier etwas geringer. Ja, wenn ich von Content spreche, spreche ich auch davon, dass man so ein bisschen Mehrwert mitgibt. Das heißt, vielleicht in diese Content-Marketing-Strategie wenigstens mal darüber nachzudenken. Ich weiß, es ist aus wirklich erster Quelle, dass viele Kunden das so ein bisschen scheuen, weil einerseits die Strukturen eines Unternehmens, also in der Hierarchie bei größeren Firmen, zumindest über Mittelstand, also Konzerngröße, immer schwierig ist, eigenen Content umzusetzen, bis der mal so vom Vorstand, von Geschäftsführung abgenommen wird. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber sich vielleicht eine Nische zu schaffen, wo man sagt, da informiere ich so ein bisschen mehr. Weil das wird automatisch auch bei den Bewerbern ankommen. Die Bewerber werden schon verstehen, dass man speziell, wenn man über dieses eine Thema spricht, auch dafür dann der Experte wird. Das ist natürlich auch Thema Positionierung. Das hat ein bisschen was mit Strategie zu tun. Ich kann an der Stelle nur den Tipp geben, auch mal uns zu kontaktieren. Wir haben da entsprechend die Ideen, was auch konkret jetzt das Thema Strategie angeht für solche Filme. Es soll ja heute in diesem Ratgeber auch so ein bisschen allgemeiner darum gehen, auch mal einen Impuls zu setzen, wirklich mal so ein Recruitment-Video überhaupt mal zu machen. Weil viele investieren in teure Anzeigen, aber ja, nicht in ein Video, weil so eine Anzeige kann auf Stepstone oder auf Monster ziemlich teuer werden. Wenn man das entsprechende Video platziert mit einer entsprechenden Landingpage, dann haben wir auf jeden Fall hier konkrete Ideen, wie man sowas umsetzt. Das wäre das Thema. Schaffe den perfekten Content für deine Zielgruppe und gehe auf die Suchintention ein. Suchintention, da geht es darum, wenn jemand nicht nur sehr nach dem Beruf sucht, sage ich mal, also sagen wir mal nach Jobs jetzt aktuell, sondern generell nach dem Beruf, dass man da natürlich auch mit Google arbeiten kann. Dass man zum Beispiel sagt, man macht eine Website, ein Video entsprechend dazu. Ja, und dann erklärt man den Beruf von A bis Z, erklärt, wie das da abgeht, hat vielleicht noch ein Vlog-Format dabei und schon hat man eine sehr, sehr gute Rahmung für ein eigenes Konzept sozusagen. Und das ist ja auch längerfristig dann ja auch gültig. Wenn ich mir gerade überlege, solche Anzeigen, wenn die dann manchmal wirklich relativ hohe, vierstellige Summen haben, sind die meistens nach 14 Tagen, meistens 30 Tagen sind die da nicht mehr aktuell, werden dann deaktiviert zu einem Video mit einer entsprechenden Landingpage und einer Idee dahinter. Ja, kann vielleicht zum selben Preis umgesetzt werden und kann längerfristig für das Unternehmen dann auch wirklich für Bewerbungen sorgen. Ja, ansonsten haben wir das Thema, den Mitarbeitern ein Versprechen geben. Finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Es ist ein eigenes, ein eigener Blog, wenn man so will, an der, an der Stelle. Ja, Versprechen kann natürlich sein, was ist die ganz konkrete Position im Unternehmen? Und wenn du Stellen besetzt, wirst du das natürlich wissen. Du wirst deine ganz genauen, konkreten Infos da an der Stelle haben, was du da auch sagen kannst. Und ich habe festgestellt, die Bewerbungen werden von der Qualität auch tatsächlich besser. Das heißt, ein Bewerber gibt sich mehr Mühe, wenn auch mehr Inhalt in dem eigentlichen Video steckt. Das heißt, wenn wir ein Video produzieren oder eine Serie, zum Beispiel für Instagram, dann wollen wir natürlich es auch so platzieren, dass wir entsprechend denjenigen auch wirklich erreichen. Das heißt, die Inhalte so rüberzubringen, dass derjenige das auch leicht verständlich vermittelt bekommt. Und dass man ihm genau sagt, pass mal auf, wenn du bei uns anfängst, du bekommst den und den Posten. Und das muss natürlich attraktiv präsentiert werden. Man kann das Ganze zum Beispiel auch humoristisch machen. Wir hatten zum Beispiel mal einen Kino-Spot produziert. Da haben wir ein Drei-Scheiben-Haus in Düsseldorf produziert mit einem Schauspieler, einer Schauspielerin. Und da haben wir eine Szene nachgestellt, wo sich jemand bewirbt. Und da hat man dieses Bewerbungsgespräch quasi im übertragenen Sinne für den Bewerber sozusagen gemacht. Also auch spannende Geschichte. Es muss nicht immer der klassische Werbefilm sein an der Stelle. Es kann auch wirklich was Humoristisches sein, was eher so ein bisschen lustig ist mit Augenzwinkern an der Stelle. Aber wichtig ist natürlich, dass man ein Versprechen setzt. Und das bringt mich jetzt auch so ein bisschen zum finalen Punkt heute. Das ist die sogenannte Call-to-Action. Und die wird tatsächlich in den meisten Fällen, zumindest von den Auftraggebern selber, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht so direkt berücksichtigt. Meistens ist es ja so, es gibt ja eine Kampagne. Es heißt, es gibt eine eigentliche Seite. Eine eigentliche Seite für den späteren Film. Das heißt, eine Landingpage, ein Blog, ein Posting, eine Stellenanzeige. Und diese Stellenanzeige, da ist natürlich dann die Call-to-Action drin. Und da steht dann natürlich der Ansprechpartner mit der Telefonnummer. Da gibt es einen Bewerbungszeitraum. Da gibt es dann einen Ort, wo man sich bewerben kann. Also einfach, dass man das Einzugsgebiet besser kontrollieren kann. Das ist nicht das, was ich meine. Ich meine, eine konkrete Call-to-Action kann auch über ein Video passieren. Ich habe das beste Beispiel jetzt schon ein paar Mal gesetzt. Ich habe gesagt, wenn du ein Strategiegespräch haben möchtest, komm zu uns. So etwas kann man auch wunderbar, und das war jetzt in dem Fall tatsächlich ein bisschen übertrieben in diesem Video. Das mache ich eigentlich sonst in den Videos hier weniger. Ich sage eigentlich immer, kommentiere unten unter den Videos, aber weniger von wegen, nimm Kontakt auf, damit wir dir was anbieten können. So ist es ja an der Stelle. Nein, das ist einfach wirklich, die Call-to-Action wird meistens unterschätzt. Das ist bei Schauspielern so. Bei Schauspielern wird das in ein Konzept geskriptet. Das heißt, da wird man mit dem Kunden zusammen überlegen, was könnte die Kernaussage sein. Das heißt, ist die Kernaussage beispielsweise, bewerbe dich jetzt für das und das? Oder ist erstmal die Kernaussage, in das Branding einzuzahlen? Und ich weiß, es ist so schwierig, das greifbar zu machen, weil es ein bisschen abstrakt ist. Auch wenn man natürlich immer wieder Bilder von uns sieht, wie wir arbeiten, ist es sehr abstrakt, weil eine Call-to-Action muss sehr, sehr bewusst eingesetzt werden. Ich meine, Leute sind heutzutage von Werbung auch extrem genervt. Die wollen eigentlich nur die schnellen Infos haben, am besten alles in 30 Sekunden. Die Aufmerksamkeit sparen ist einfach relativ gering. Das heißt, die Call-to-Action muss gut gesetzt sein. Und wenn ihr ein Video gut gesetzt ist, wie zum Beispiel in einem, ich sag mal, sehr lustigen Beispiel, wo man auch einfach ein bisschen schmunzeln kann, dann hat man natürlich den Vorteil, dass das natürlich auch beim Bewerber ankommt. Und idealerweise kommt er dann wirklich auch ins Handeln, weil viele dieser Leute, die diese Videos sehen, stellen sich immer vor, bei diesem Unternehmen zu arbeiten, aber trauen sich nicht, diesen Schritt zu machen. Und ich finde zum Beispiel eine Möglichkeit, eine klassische Möglichkeit bei einem Imagefilm ist, wenn man zum Beispiel so einen Film macht und ein Interview gibt, guckt man ja meist nicht direkt in die Kamera. Das lässt man dann ja, man stellt die Fragen über einen Redakteur, der dann meistens neben der Kamera steht. Das kann auch eine Kamera sein, der die Fragen dann stellt. Aber dass der Chef oder derjenige, der das einstellt, der Kontaktperson ist, die erste Kontaktperson in dem Bewerbungsfluss, dass die dann wirklich direkt in die Kamera guckt und dann eine Call to Action macht, so nach dem Motto, lieber Zuschauer, du hast jetzt alles gehört, worauf wartest du noch? Wir stellen bis zum 31.12. ein. Der nächste Step wäre, und das ist auch das Thema Versprechen, der nächste Step wäre, wenn du dich bei uns bewirbst, kriegst du auf jeden Fall eine Rückmeldung von uns. Ich werde diese Bewerbung persönlich entgegennehmen und mein Team wird sich bei dir melden. Das ist ja auch ein Versprechen, was man abgibt und das ist natürlich auch etwas, wo man Hoffnung macht in dem Sinne. Weil momentan ist es ja auch so, dass viele noch nicht mal eine Bewerbung beantworten können, weil sie nicht die Kapazitäten dazu haben. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich mache jetzt an der Stelle nochmal eine kleine Zusammenfassung der Punkte. Wenn du dazu natürlich Fragen hast, kannst du auch gerne in den Kommentaren dazu schreiben. Also wir haben als allererstes, haben wir natürlich das Thema Formate. Wir überlegen uns am Anfang zusammen mit dem Auftraggeber, derjenige, der die Stelle besetzen möchte, was ist so die Kernaussage, welches Format passt dazu. Ist es ein Interview, ist es ein klassischer Imagefilm, ist es ein Werbefilm, ist es eine Instagram, eine YouTube-Serie. Es gibt ja mittlerweile auch Shorts. Also das heißt, es gibt für jedes, für jede Art und Weise, die ich besetzen möchte, gibt es auch das entsprechende Format. Es kann auch ein längeres Format sein. Erschaffe Content für die Zielgruppe, ganz wichtiges Thema. Das heißt, Content, die wirklich auch die Suchintention trifft, also das, was derjenige erwartet an der Stelle. Das heißt, kein klassisches Werbevideo in dem Sinne. Man muss ein oder sollte ein Recruiting-Video ein bisschen individueller für die Zielgruppe anpassen. Da gibt es jetzt auch keine Schablone oder Vorlage für. Das muss man tatsächlich entwickeln. Und ich würde jetzt mal einfach sagen, an der Stelle vielleicht meine letzte Call-to-Action. Das ist tatsächlich eine Stärke von uns, dass wir das auch entwickeln und nicht nur in den Film produzieren, sondern auch überlegen, was passiert danach. Ja, dann auf jeden Fall das Team zu Wort kommen lassen. Das habe ich ja jetzt auch schon mehrmals gesagt. Also wenn man das Ganze als Team aufstellen möchte und Teil eines Teams zu werden, hört sich immer besser an, als wenn man nur die eine Führungsposition sucht und diese Person alleine arbeitet da an der Stelle. Macht auf jeden Fall Sinn, das Team immer anzusprechen, in der Wir-Form zu formulieren. Ja, und entsprechende Versprechen zu setzen in so einem Video, was denjenigen erwartet. Auch zum Beispiel in Form von Next Steps. Das heißt, wenn du jetzt dich meldest, passiert das und das als nächstes. Ich kenne im Übrigen auch einige Kunden von uns, die machen eine extra Landingpage mit einem extra Kontaktformular, wo man dann gewisse Dinge schon hochladen kann, wie zum Beispiel Lebenslauf und so weiter. Das wäre ja auch mal eine Idee. Und da kann man natürlich an der Stelle auch helfen, dass man so ein Video quasi nimmt, dass man weniger da die Informationen reinnimmt, sondern man nimmt die Informationen auf die Landingpage und dieses Video ist dann eher emotionalisiert. Wie zum Beispiel das humoristische Beispiel, wo man sagt, da lacht auch jemand im Bild. Ja, das ist ein bisschen witziger gemacht. Das muss einfach zu einem Unternehmen passen. Und wie gesagt, jede Branche ist ein bisschen anders. Jede Branche funktioniert auch anders. Und jedes Unternehmen hat ja gewisse Werte, die man versucht, in so ein Konzept dann auch reinzubringen. Und das ist die Aufgabe eines Filmmachers. Das ist, so verstehe ich das zumindest, die Werte des Unternehmens in einem Film zu produzieren, also da reinzuschreiben in dem Sinne, das zu vermitteln, das rüberzubringen, das Ganze zu produzieren und auch zu schauen, den Kunden dabei zu helfen, das dann wirklich auch zu veröffentlichen, zu verbreiten, dass es am besten die ganze Welt sieht. Und meistens arbeitet man dann auch mit einem Team zusammen, die dann auch eine Werbung schaltet. Also da gibt es ja auch noch Möglichkeiten. Das hier waren natürlich auch viele Tipps, die dann organisch gut funktionieren. Das ist ja dann der letzte Punkt, ist heute das Thema Content, Content für die Zielgruppe zu schaffen. Ein Content, der langfristig angelegt ist, wie eine Landingpage mit einem Video, das wirklich überzeugt, wird wahrscheinlich noch Jahre danach, wenn man es aktuell hält, nachwirken, als eine teure Anzeige in einem Portal. Und nur das zu machen, und das ist eigentlich ein bisschen die Kernaussage, also da wirklich langfristig in eine Strategie zu investieren und sich das zu überlegen. Von daher, wenn dir das Video Spaß gemacht hat, dann abonniere den Kanal, dann wirst du kein Video mehr verpassen. Es gibt einige Tutorials hier zum Thema Filmproduktion, die dann auch in diese Einzelthemen nochmal einzahlt. Ja, sage ich einfach vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss, bis dann! Tschüss! t invasion! Tài charm! Tschüss! Tschüss! So bconst nicht geregonditorisch. T quasi zas ersch dozen! T warrior für homかな, T değ. Trets! bedeuten?